Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Goli mit einem weiteren Video zu God of War und nachdem wir uns in den letzten Videos sehr damit beschäftigt haben, was ist denn im New Game Plus die beste Rüstung schauen wir heute mal auf den besten Axtknopf und auch hier habe ich wieder drei Stück für euch zur Auswahl gestellt der eine macht einfach wahnsinnig viel Spaß, der eine ist leichter zu bekommen und ist glaube ich vom Abgeordneten ein bisschen günstiger und der dritte ist einfach von den Stats her definitiv der beste. So, wir marschieren hier zu den vergessenen Höhlen da wir hier in New Game Plus sind, gehe ich mal ganz stark von aus, dass jeder weiß wo wir sind ich habe jetzt nicht extra nochmal die Map reingemacht, vergessene Höhlen, werdet ihr am See der Neuen glaube ich auf jeden Fall finden also gehe ich einfach von aus, gehe ich ganz stark von aus und dann haben wir hier also diesen netten lieben Geist, der mit uns redet der interessiert uns aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr, denn wegen ihm sind wir nicht hier, sondern auf der Insel oben haben wir gleich noch die Möglichkeit eine weitere Quest zu starten und zwar See der Neuen erkunde ja alle Inseln um den See der Neuen herum oder wie, das sehen wir gleich hier im Video und dann hier wie gerade bei den vergessenen Höhlen, ihr könnt an zig Stellen gehen, aber hier bei den vergessenen Höhlen gibt es als Belohnung obendrauf den vielseitigen Kriegergriff und das ist würde ich sagen in meinen Augen definitiv natürlich von den Werten her das Beste, was ihr euch besorgen könnt. Deswegen habe ich den hier auch gleich als erstes genommen weil ihr bekommt, wenn ihr den komplett upgradet, plus 22 auf alle Stats. Plus 22, also mir ist noch kein besserer untergekommen Kennt ihr einen besseren Achsknauf? Könnt ihr mir das natürlich wahnsinnig gerne unten reinschreiben in die Kommentare Für mich ist das bisher definitiv das Beste, was ihr euch holen könnt, der vielseitige Kriegergriff Wie gesagt hier, was hier momentan mit Gullwax, Knochen und so nebenbei läuft, könnt ihr alles ignorieren Da vorne liegt eine Drachenträne zum Einsammeln dort und da seht ihr das Leuchten unter dem Drachen Die Dinger sind ja auch immer wichtig zum Upgraden Die Drachentränen, also hier liegt eine davon, aber auch deswegen sind wir nicht hier Nur ich habe halt das hier gerade komplett im Gameplay drin gehabt und deswegen, sorry dafür Dass ich hier ein kleines bisschen brauche, bis ich an der richtigen Queststelle bin Nur ich wollte es auch nicht zu sehr schneiden und sagte wieder, oh goodie, wo bist du? Und deswegen habe ich das hier einfach mal drin gelassen, dass wir hier die verschiedenen Sachen einsammeln Weil hier die Kette runter und dann sind wir auch gleich da, keine Sorge, da seht ihr schon diese Tafelleuchten Und diese Tafeln, um die geht es, die müsst ihr aktivieren Was wir jetzt hier machen, der Kleine rennt schon mal hin und liest das Währenddessen werde ich gleich einen kurzen Kampf haben, den schneide ich natürlich raus So Da kommen die Jungs raus aus dem Boden, da sind sie erledigt und dann ist der Geist hier Und den sprecht ihr an Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet Seidr und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit Danke Und? Andere Geister Der See der Neuen ist voll von ihnen Die meisten davon können diese Welt verlassen Aber einige wenige stecken in Midgard fest Bis unsere Angelegenheiten geklärt sind Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist Aber das habt ihr bereits Ich wollte nur nochmal den Himmel sehen Lebt wohl So, wir sollen halt alle Feuerschalen entzünden, bla 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 Aber das war jetzt nicht das Ende der Quest Das war einfach direkt hier angefangen Auf den, also in den vergessenen Höhlen Ne? Und da bekommt ihr den vielseitigen Kriegergriff Das ist also das Ding der Begierde Den wollt ihr haben, ist also wirklich ganz ganz früh Schon im Spiel für euch zu holen Das ist ja auch immer so ganz ganz wichtig Wann und wie komme ich denn an diese Sachen heran Wir werden noch einen sehen Den gibt es wieder von der Valkyrenkönigin Und das ist ja dann ganz ganz Endgame Aber den könnt ihr euch hier schon ganz ganz früh Am See der Neuen einfach holen Und habt dann wie gesagt Stats plus 22 auf alles Und das lohnt sich natürlich richtig So, für die zweite Variante Kommen wir mal wieder zu Sikron Unserer Lieblings Bitch, sag ich mal Im Spiel, ich glaube die liebt wirklich jeder Und wenn wir die junge Dame umhauen Dann gibt es auch wirklich einen richtig geilen Axtknauf, der einfach Spaß macht Der einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß macht Zu nutzen Das ist eigentlich der größte Vorteil Natürlich ist er auch wahnsinnig praktisch Das kommt auch noch dazu Aber das Ding macht einfach Spaß Den kann man auch gerne am Ende vom Spiel erhalten Weil man direkt im nächsten New Game Plus Mit dem Axtknauf einfach Bock Hat richtig viel Bock Und hier haben wir ihn Vergeltung Perfekter Axtknauf Axtwurf und zurückrufen mit R1 Werden unglaublich mächtig Ja und unglaublich mächtig Das stimmt wirklich Ich zeige euch das Ganze mal hier So ein bisschen im Gameplay Könnt ihr euch das Ding mal anschauen In Action Und das sieht wirklich geil aus Und macht Spaß Ich zeige euch das So und als letzte und dritte Variante Haben wir da wieder den verbotenen Griff der Zeiten Auch den gibt es im New Game Plus wieder Ich habe schon einige Habt ihr haben gesagt Nö Das geht nicht Das geht nicht mehr Doch es geht noch Also verbotenen Griff der Zeiten Könnt ihr euch weiterhin holen Dafür müsst ihr ja in einer ganz bestimmten Reihenfolge Den Tempel angucken Und die Feuerschalen Und das Ganze macht ihr hier Auf dem Turm von Muspelheim Also Turm von Muspelheim Dort oben drauf Da steht auch normalerweise Oder sitzt noch ein Springer herum Den ihr wegmachen müsst Den habe ich hier im Video Natürlich schon weggemacht Aber ich zeige euch natürlich Nochmal die Bootsfahrt Für all die Leute Die halt die Stelle noch nicht kennen Die halt das Video verpasst haben Mit dem vielseitigen Griff Und deswegen hier halt nochmal Oder besser gesagt Hier mit dem verbotenen Griff Das ist ja der verbotenen Griff Verbotenen Griff Der ja So ein kleines Easter Egg war Als Brock und Sindri Geheimnis Und dafür müsst ihr wie gesagt Tempel gucken Und macht das wirklich ganz genau so Wie ich das hier im Video mache Merkt euch so ein bisschen Wie weit ich nach rechts gucke Wie weit ich nach links gucke Wie kurz ich anhalte Damit das Ganze ja Gezählt wird Und vor allem hört genau hin Nach dem Gong Wenn ihr nämlich nach dem ersten Mal Keinen Gong bekommen habt Dann könnt ihr gleich abrechnen Und nochmal neu anfangen Mit Links Tempel Rechts links Dann kommt der Gong Und dann macht ihr unten Rechts links Tempel Ganz genau so wie hier gemacht Und dann erhaltet ihr Den verbotenen Griff Der Zeiten Und auch den werden wir Hier nochmal upgraden Und der kommt halt auf Nur plus 20 Alle Stats vom Upgrade her Deswegen lohnt der natürlich Weniger als der andere Aber vielleicht ist der eine Oder andere für euch Besser zu erreichen Schlechter zu erreichen Und deswegen den hier nochmal Als dritte Alternative Für die in meinen Augen Drei besten Axtknäufe Die ihr euch Ja anschaffen könnt Und ja einfach Weil es Spaß gemacht hat Hier nochmal im Hintergrund Ja Der Axtknauvergeltung Im Einsatz Wie gesagt Das Ding macht wirklich Einfach richtig Spaß Gebt euch den auf jeden Fall Aber wie gesagt Gibt es ja leider erst dann Wenn ihr Sigrun Die Bitch mal wieder Ins Reich des Jenseits Zurück befördert habt Dann könnt ihr mit dem Ding Hier Spaß haben Ich danke euch fürs Zuschauen Hat euch das Video gefallen Dann lasst einen Daumen nach oben Da darüber würde ich mich sehr freuen Abonniert den Kanal Wenn ihr es noch nicht gemacht habt Dann verpasst ihr hier weiter Nichts Neues Und vor allem Schaltet das nächste Mal Auch wieder ein Ich sage bis dahin So long goodbye Keep gaming Euer Goodie Mehr Ich sage den Bogen Ich sage den Bogen Man warum Geht das doch mehr. Was ist das? Was ist das?